Hallo und herzlich willkommen hier in unserer Galaxis bei Saira. Um genauer zu sagen, bei Let's Play Saira. Wir waren das letzte Mal hier auf Lius und hatten ein schweres Rätsel zu lösen. Zumindest meiner Meinung nach, weil ich damit ja ein paar Schwierigkeiten hatte. Aber wir möchten da jetzt ja nicht zurück in dieses Thema fallen. Möchte ich auf gar keinen Fall mehr ansprechen. Aber was wir jetzt machen ist, herauszufinden, was wir da überhaupt aufgehoben haben. Und wir haben hier noch zwei Sonnensysteme, die wir besuchen müssen, um an unsere Lösungen zu kommen. Zwei sind noch übrig hier aus dem ganzen Spiel. Ansonsten, äh, okay, drei. Weil es hier noch auf Polvera anscheinend einen Planeten gibt, den wir noch nicht besucht haben. Gut, was machen wir? Möchten wir zu Austria gehen und gucken, was wir da eigentlich gemacht haben? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß gerade im Moment so ganz und gar nicht. Ne, wir fliegen jetzt einmal zu Austria. Ich möchte mir kurz ansehen, was wir da überhaupt aufgehoben haben. Auf Austria gibt es, soviel ich weiß, auch einen, einen Batterie-Charger. Dadurch könnten wir uns ja wieder unsere Schiffsbatterien aufladen. Aber ich möchte sehen, vor allem, wo sind wir da? Auf Lomond. Auf Lomond haben wir ja unsere, wie nennt sich das? Unsere Schikimiki-Maschine. Die wir unbedingt auf, äh, auf Trab bringen müssen. Ich gehe jetzt mal hin und gucke, ob wir das überhaupt einsetzen können. Ich bezweifle es. Erstmal. Items. Impulse Charge. Regular. Ein Impulse-Ladegerät. Aha. Regular Homebrew. Aha. Das bedeutet, wir haben hier zwei Geräte. Also, zwei Geräte. Ja, zwei Items. Das eine ist für, ja, große Kraft. Und das andere für kleine Kraft. Hier wurde was abgespeichert. Ich glaube, hier gibt es keinen Batterie-Charger. Den Batterie-Charger gab es auf diesem S-Planeten hier, zu dem wir jetzt mal schnell hinhüpfen. Und laden unsere Batterie jetzt mal hier schnell auf, denn ich möchte hier keine Zeit vertrödeln und schnell zu irgendeinem neuen Sonnensystem hier jetzt mal kommen. So, Saira ist hier mal wieder. Ach, wisst ihr was? Ich habe vergessen. Da, Haas, wir hier oben lang müssen. Oder? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Denn wir haben hier unten uns, glaube ich, einen Weg hier gemacht. Was mir aber noch durch den Kopf geht, wenn ich das jetzt so nebenbei erwähnen darf. Wir haben auf einem der Planeten eine Art Buchstabenkombination gefunden. In der Welt, wo wir diese Gesichter hatten und diese ganzen Fragen. Und das geht mir jetzt gerade auch gerade nicht so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Denn Fakt ist, dass das irgendwie so ein bisschen ungelöst geblieben ist. Und eventuell wird es das auch bleiben. Aber ich habe absolut keine Ahnung, da ich das Spiel ja nicht kenne. Aber es sind einfach Fragen, die mir so ein bisschen durch den Kopf gehen. Eventuell euch auch, falls ihr da noch so ein bisschen euch daran erinnern könnt. Und ich euch mit meinem Gequassler nicht so sehr verwirre. So, wir verschwinden jetzt mal von hier. Und wo möchten wir denn hin? Ach kommt, wir gehen jetzt mal. Ach so, das geht ja gar nicht. So, dann gehen wir zu Ninjan. Ist doch egal, welches Sonnensystem wir jetzt besuchen. Jetzt bin ich gespannt. Es sind ja nur noch ein, zwei, ja eigentlich drei Sonnensysteme übrig. Wobei, ach das sieht ja mal klasse aus. Was? Was? Das sieht ja mal klasse aus, diese blaue Sonne. Und hier gibt es nur einen Planeten? Dragon Noir. Ich nenne es mal Noir, ob das... Oh Gott. Wieso ist das so dunkel? Ich mag sowas nicht. Okay, das sieht jetzt mal schon freundlich aus. Was bist du? Input Power Missing Arrows. Ich drücke rum, aber es macht sich nichts. Hier steht Arrows und Space. Ich drücke, hört ihr das? Es passiert aber nichts. Ja, mein Hund bellt schon. Dem passt das natürlich auch nicht. Die Musik finde ich mal schon sehr angenehm. Aber der Schein könnte auch trügen. Aha, hier gibt es irgendwelche Verkabelungen. Was ist denn das hier? Input Power Missing. Ich kann hier nichts machen, auch hier nicht. Ich gehe mal hier nach unten. Das bedeutet, irgendeine Energiequelle fehlt hier. Ich gehe mal nach rechts, um einfach zu gucken, was hier ist. Aber auf jeden Fall dieses... Was seid ihr? Was seid ihr? Absolut keine Ahnung, was das ist. Es macht mir Angst. Und zwar sehr viel sogar, weil ich absolut keine Ahnung habe, was das ist. Neue Wesen. Oh. Wir müssen dahin... Oh, wir müssen irgendein Item finden. Irgendwas, was diese ganzen Dinger hier in Gang bringt. Das sind ja nur meine Fantasien gerade. Ja, und ich bin schon am Grübeln. Wo was sein könnte und warum ist dieser Planet so dunkel? Ganz im Ernst. Weil die Sonne... Weil die Sonne... Weil... Ah, was? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wir kriegen das doch mittlerweile schon hin mit dem Springen. Saira. Um Himmels Willen. Okay. So funktioniert das auch. Ich habe vergessen, dass Saira so ein bisschen auch die Wände hochkraxeln kann. Okay. Abspeichern. Okay, hier scheint etwas Wichtiges zu sein. Der Generator wurde jetzt mal angemacht. Absolut klasse. Äh, bewegt sich hier was? Ja, irgendwelche kleinen... Es kommt hier doch gleich was. Das sieht mir hier viel zu... Oh. Ach, hier ist ein Item. Okay. Nein, wir merken uns das einfach. Hier ganz rechts, mitten im Nirgendwo, ist irgendwas mit einem Input-Passwort. Okay. Wir werden das jetzt uns einfach... Saira, ich flehe dich an. Mittlerweile sind wir schon so lange mit dir dabei auf diesem Abenteuer. Du könntest ein bisschen mehr Teamgeist zeigen. Gut, ganz rechts. Ganz rechts oben. Haben wir hier... Etwas... Okay. Nächstes Rätsel. Seht ihr? Es ist das, was ich im letzten Part gemeint habe. Ich habe jetzt nicht überlegt, was ich mache. Ich habe einfach jetzt mal blind losgetan, ohne zu verstehen, was ich tue, ja? Und das mag ich nicht. Also, was habe ich jetzt hier getan? Ich möchte es zumindest verstehen, auch wenn die Lösung einfach so kommt. Das bedeutet... Was? Okay, von links oben kam die Energie. Zu dieser End soll die Energie jetzt hin, oder was? Egal. Egal, es hat funktioniert und ich muss auch nicht mehr wissen, was. Okay. Hier nach unten... Was? Wieso nicht? Warum stimmt das jetzt wieder nicht? Zu dieser Null kann es jetzt nicht gehen? Äh... Was? 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 Ihr müsstet jetzt gerade meinen Gesichtsausdruck sehen. Denn ich sitze hier mit offenen Augen und offenem Mund, weil ich nicht verstehe, was ich hier gerade tue. Okay. Von oben kommt die Energie. Warum... Äh... Hat die Null... Ist die Null ein Nichtleiter, oder was? Anscheinend. Egal. Absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Einfach mal lassen. Es ist alles okay. Alles ist gut. Wir laufen mal diesen Stromdingern jetzt mal hinterher. Nein, Schiff. Ich laufe mit dir noch nicht rum. Wir müssen hier mal ganz Licht machen. Auf dem ganzen Planeten. So. Die Eins, das passt ja. Wieso? Was? Die Eins braucht jetzt doch Energie. Okay. Was ist damit? Dann kriegt auch das wieder keine Energie. Okay. Äh, Moment. Das sieht doch richtig aus, oder? Warum kriegt das jetzt keine Energie? Äh, wir haben noch das hier runtergetan. Gut, dann... Ich wette, ich hab's gleich. Obwohl ich nicht... Obwohl ich überhaupt nicht weiß, was ich gerade tue. Ja? Also gut. Dieses Rätsel scheine ich zu mögen. Das war richtig. Das war richtig. Versuchen wir es mal so. Aha. Leute, ich hab nirgendwo nachgesehen oder so, ja? Das ist ja das Witzige dran. Ich hab nirgendwo was nachgesehen. 0,1? Also, 0 durch 1 ist 0. 1 durch 2 ist 0,5. Was? Lassen wir das. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ich scheine es richtig zu machen. Und das war auch ein Batteriecharger. Was ist das denn für eine Antenne? Okay. Langsam wird's komplizierter, aber das schaffen wir jetzt auch. Das wird durch Blut. Achso. Was ist, wenn wir das jetzt gleich von Anfang an mal so machen? Aha. 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 Ja, ich tue so, als ob ich irgendwas verstehen würde. Dem ist aber nicht so... Es geht hier doch mittlerweile doch... Aha. Bloß um die Kombo eigentlich. Was? Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Gut. Da leite ich mal den Strom jetzt hier hin. Äh. 0,1. So, jetzt komme ich wahrscheinlich wieder an meine Limits, weil das wieder was mit Logik zu tun hat, aber... Was stimmt? Was? Du wirst doch durchblutet. Was ist mit dir? Okay. Einfach mal ruhig. Das wird doch auch irgendwie klappen. Okay. Diese Dinger dürfen jetzt nicht durch Strom... Okay. Was ist, wenn ich das jetzt hier... Okay. Das erste... Wenn ich jetzt das kappe nach unten... Was passiert dann? Ja. Dann hat das keinen Saft mehr. Wir haben noch... Was? Das gemacht. Genau. Das hat auch gestimmt. Okay. 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 Das kann ich jetzt auch nicht ableiten. Äh. Äh. Moment. Wir machen das jetzt mal so. So. Was? Was passiert jetzt mit dem unten da? Was ist damit? Warum funktioniert das nicht? Warum? Es kommt jetzt zu einer Übersteuerung oder wie oder was? Oder zu einer Überhitzung oder wie? Wie soll ich das verstehen? Warum bellt mein Hund gerade? Schon wieder das? Versuchen wir es doch mal ganz anders. Um Himmels Willen! Das bringt mir gar nichts, weil hier Strom und so... Pfff. Toll Deutsch. Äh. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstehe. Aber... Äh. Müssen die grünen Kästchen... Ich muss das jetzt mal... Ich muss das jetzt mal testen. Achso! Die grünen Kästchen, die müssen einfach nur kurz mal mit diesem Strom da durchlaufen. Achso, okay. Gut, damit das jetzt nicht überkorkst. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ich habe es endlich verstanden. Das grüne muss kurz angemacht werden. So, dann können wir das hier mal ausmachen, damit das hier, das da nicht überkocht. Gut, das geht jetzt nicht gut. Ich mache wahrscheinlich auch des Öfteren die gleichen Fehler. Das tut mir auch leid. Aber das ist auch nicht so einfach für mich. Denn ihr kennt meinen Kompetenzfaktor. Ja, ja. Das ist doch schon mal richtig. So, das ist doch egal, welches ich als erstes mache. So, wir sind jetzt hier in der Ausgangsposition. Das kann ich doch auch nicht ableiten. Hau um Himmels Willen. So, was ist jetzt der nächste Schritt? Das geht nicht, weil ansonsten das hier nicht funktioniert. Was ist, wenn ich das hier so mache? Aha. Und jetzt noch das rechte oben. Wie mache ich das? Damit du hier ja nichts verkorkst. So, oder? Ne. Ne. Das bringt uns gar nichts. Das lassen wir mal. Wieso geht denn das durch diese Eins da nicht weiter? Ach so. Ein Moment. Was? Oh nein. Du Schleimer. Jetzt ist mein ganzes Konstrukt hier auf... Ich versuche es noch ein einziges Mal. Denn ich sehe schon, dass die Zeit hier bei uns so ein bisschen auch der Feind ist. Das kann ich nicht ausmachen, sonst geht das hier aus. Ich falle sie mit. So, ich soll mich das nicht noch... ald. Alles klar. Genau faster. Ich fühle die Zeit mit Sicherheit. Ich schae Spirit auch wenn ihr noch ganz altrum bist. Und ich habe das hier dann so ein paar Mal zur Børe livres. Das ist dann HIS mal. Ich begrüdie michắc chondert bis hinzu. Dann θα ich das nicht so ein bisschen ause. その ein paar quota? Also.